So, jetzt müssen wir uns leider hier mit Estu wieder begnügen und die alle carryen hier. Oh mein Gott, der Call war einfach real, Leute. Estu mal, guck mal, wo Estu ist, Leute, guck mal, wo Estu ist. Ey, ich hab Herr Lama gefunden, Bro, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Bro, guck mal, du lässt deine Freunde zurück für einen Lama. Nee, ich bin Robin Hood, Bro, ich komme zurück mit Herr Lama für euch. Weißt du? Ey, Dating, wir haben hier keine Kiste drin, ne? Nee, nee, klar nichts. Nur will Estu wieder zum Lama rausgehen. Guck mal her, schnell. Ja, ich komme rüber, Bro. Schmutzberger, ey, Schmutzberger. Wollte er mich hier killen. Der eklige, der wurde hops genommen. A beiden. Komm mal hoch. Ist doch auf High Ground. Die sind unter uns. Same, Bro. Oh, hier mal auf. Ja, warte, ich komme nicht rein. Der E-Mail will aufräumen, das bin ich mal gespannt. Da kann man ein bisschen Gas geben für seine Teamkollegen. Komm her, ich habe einen Mini, hier. Hab ihn. Dating, stellst du Agam, Agam, gleich wieder down. Das muss ich mitnehmen. Das ist natürlich wieder das typisch. Bus Agam, da hinten ist er wieder. Agam, zum Jungs, kommt ins Auto rein und dann gehen wir zu Agam. Agam braucht Hilfe, Agam, ich komme, mein Freund. Er ist one. Bei Agam, der ist auch one. Sehr gut, Bro. Agam, down mal wieder. Muss ich wieder carry. Oh mein Gott, der ist doch nicht one. As you down, as you down, as you down. Agam, komm zu mir. Da ist noch einer. As you down, as you down. Ne, alles gut. Der ist one. As you down. As you down. Agam, du bist so ein Pro, du brauchst doch kein Schild, sagst du immer. Du, sagst immer, ich bin der Pro. Das habe ich noch nie gesagt. Ich bin der Pro mit O. Ah ja. Weil bei dir macht es immer O. Bei mir, Gegner, auf dem Dach oben. Ich belebe erstmal unseren Kumpel, weil ich bin für meine Freunde da. Ja, und der Dave Knight will jetzt hier meine Sachen, äh, der Johnny will jetzt meine Sachen verbrennen. Johnny, stimmt das? Naja, das ist schade. Die BVB-Sachen verbrennen, oder was? Komm her, alle. Komm her, alle. Was hast du denn für uns mitgebracht? Ein bisschen Splashy? Da mache ich gerne mit. Na, Agam, wie fühlt sich das an? Guck mal, Agam ist ein richtiger Außenseiter. Er war auf Moon, Leute. Bro, was man nicht hat, da kann doch nichts wehtun. Do you want free Fortnite Money? Aha. Da ist ein Scammer im Chat unterwegs. Den Scammer, Scam, Scammer. Da ist du selbst ein Scammer. Ist noch, wo ich vor Stande gescampt wurde? Wo wurdest du von mir gescampt? Das war noch Zeiten. Was habe ich da schon wieder gemacht gehabt? Bro, du machst jedes Mal ein Klass. Komm her, ich gebe euch eine kalte Dusche, Jungs. Aber direkt Handtuch holen. Danke. Da kommen Leute. Die wollten sich Truck gönnen. Agam, du bist jetzt im Discord. Deine ist wild. Die haben Angst. Die haben Angst. Die haben Angst vor mir, Leute. Oh mein Gott. Guck mal, die haben richtig Angst. Die fahren hinten richtig weg. Oha. Wie kann man nur so ein Schisser sein? Ja, hallo. Test. Ja, hallo. Guten Morgen. Statement, das wir dich heute zu carryen. Oh, so viele Streams einfach bei mir. Ach so, du bist auch am Stream, ne? Ich, nein, aber die Leute sind nicht gelandet direkt. So viele Streams, nein, aber bei ihm. Der Arme wird immer gesprimst. Nein, 10 Leute bei mir direkt. Ich hatte 1 AP oder so, keine Ahnung. Die Leute wissen immer, wo du bist. Ja, schade, ich hätte 12 gekillt, obwohl nur 10 da wären. Ah, ja. So, Leute, da ist einer. Was macht der denn? Ist das ein Brot oder was? Wir haben halt gar nichts, ne? Wir sind komplett nackt. Nee. Ich habe 3 Schild, 6 Granaten. Ich habe gar nichts gemacht. Bei mir läuft leider. Wenn es mir leid läuft, tut es mir leid. Das ist ein Bot hier, oder? Hier vorne ist ein Bot. Vor uns, vor uns, vor uns, Jungs. Squad vor uns. So, meine Nades. Falls ihr es nicht seht. Das ist doch schön. Deine Nades sind auch meine Nades. Was? Nehmen die Aga, nehmt ihr Jungs, nehmt euch. Nehmt euch, hinterher. Einer ist totgleich. Hä? Hab einen. Bro, habt ihr den gesehen? Das war ein Benny Boy. Der sitzt da einfach. In Nirgendwo und snipet mich direkt mit einem Headshot weg. Einfach besser, der Benny Boy. Ey, das gibt es doch gar nicht. Guckt euch diesen Noob an. Der hat mir gerade einen Headshot gedrückt. Check ich nicht. Der Benny Boy? Ja, check ich nicht. Der Typ war maximal los zu gehen. Hier ist noch ein Orang-Utan. Ich habe gar keinen Moon. Ich wundere mich, warum ich nicht schieße. Ich habe Minis, falls sie braucht. Danke, Bro. Jetzt habe ich Moon. Ich habe drei Biggies. Ich wundere mich. Ich stehe vor dem Gegner und der verreckt nicht. Und dann höre ich dieses... Hinter dir. Ja, was ist mit dem Lama? Ich glaube, ich hatte die Göre nicht komplett gelootet. Guck mal, Essio. Leute, Essio hat den Lama und droppt noch nicht mal Mads. Oh mein Gott. Bro, hörst du, was passiert ist? Ich wurde beim Lama attackiert. Ich wurde dort fast verhaftet. Oh, mir ganzes Gott nochmal, ey. Bro, die sind One. Bro, die sind One. Hallo, One, Hallo, One, Hallo, One, Hallo, One, Hallo, One, Hallo, One. Wenn ich Angst habe, lass mich machen. Ich mache schon. Down, 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 down. Wow. Peace, Kofleri. Komm her, Dave. Da lag mal irgendwo Mad-Kids da hinten. Ich habe Mad-Kid, danke, Bro. Möchtest du vielleicht lieber mein Mad-Kid? Jetzt bin ich schon voll, Bro. Sorry. Aber mein Mad-Kid ist aus meiner Hand. Kannst du Essio bitte nicht Bro nennen? Alles andere wäre ein bisschen cringe. Dave Knight. Ist in Ordnung. So, Leute, hier ist er wieder. Er ist wieder da, Leute. Ihr wollt ihn sehen. Den Sniper King of the Reno. Den Sniper Reno. Mit Ansage noch drei Sniper Kills die Runde. Mit Ansage. Das würde ich dir gönnen. Im Paulaner Garten. Läuft toll. Wie findest du dich eigentlich oft im Paulaner Garten, Stani? Hey. Was hast du da so ein bisschen reingewechst, Max? Ich musste gestern erst mal mein Bad schneiden. Ich sah aus wie ein Räuber. Leute, wäre ich so... Du bist ein Räuber. Hey. Wäre ich so live gekommen heute mit meinem Bad, Leute, hätte ich mich gar nicht wiedererkannt. Ihr hättet gedacht, wer ist das denn? Möchtest du vielleicht eine Eiskoogel hier? Warum kann ich da nicht bauen, Alter? Das nervt voll. So, Leute. Da unten sind die ersten. Jetzt kommt der erste Snipe. Pass auf. Drei. Zwei. Eins. Boom. Rein. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh, wir hätten gerade die Sniper getroffen. Links sind auch, Leute, Jungs. Wo bin ich denn hier gelandet? Diding. Ey, der springt genau über den Schuss. Ähm, Dave, wo bist du? Komm zu mir. Warte, ich bin vor dir, Bro. Ja, ich hab ihm zwischendet. Einer down. Ja, gar nicht. Wie heißt? Danke, Bro. Was? Das ist jetzt schon wieder los. Boom. Ey, Bro, das ist doch... Ich komme, mein Freund. Ich check's echt nicht, Leute. Alles wird gut. Alles wird gut, mein Freund. Ich check's echt nicht, Alter. Alles wird gut. Einmal kurz tief einatmen. Bro, er trifft schon wieder jeden Schuss. Tief einatmen und ausatmen. Ey. Danke. Bitte sehr. Also, das ist sorry, Leute. Aber das ist schon wieder... Zum ersten Mal, dass ich ein Danke von Stani gehört habe. Dass ich das noch erleben habe. Nee, also das ist wirklich... Also, das zweite Mal, dass ich wirklich einen Headshot-Sniper in Fortnite kriege heute. Das ist doch nicht mehr normal. Jungs, Granaten von mir. Granaten von mir. Dicke Granaten von mir. Dicke Granaten von mir. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' alle. Ich hab' alle. Hier ist noch eine junge Dame. Hier ist eine junge Dame. War noch ein zweites Squad. Ja, es ist immer wenigstens was gut, Alter. Warum wird Stani gefragt, Digga? Nur weil er mehr Abos hat, oder was? Warum fragst du nicht Argam, oder nicht? Bro, da kommen zwei Leute. Stani, brauchst du eine goldene Pump? Uff, Jungs, schade, dass du immer einen Kommentar abgeben musst. Ey, Bro, da sind zwei NPCs, die uns angreifen wollen. Warum nicht Argam möchtest du die goldene Pump? Warum direkt Stani? Guck mal, warum sind da zwei NPCs? Ich check dich, Leute. Schade, Argam. Egal, vielleicht auch, wenn du irgendwann drei Millionen Abos hast, dann wirst du auch von Destiny gefragt. Leute, warum geht da nix rein? Ach komm, also ich spiel' gleich, wenn du's halt bei mir. Ja, das war's nicht wirklich komplett. Ey, drei Leute schießen auf den Bot, keiner tippt. Guck mal hier, guck mal hier, Leute. Guck mal hier. No comment. No comment. No, no comment. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Was, der letzte schon? Ich mach Sky Base. Wer Sky Base runter schießt, ist irgend los. Oh, dann ist das ja ein Job für mich. So, Leute, wir machen natürlich auch Sky Base, aber eine eigene Sky Base. Lass oben alles vielleicht zubauen beim Nullpunkt. Ne, lass unter ihnen alles zubauen, unter ihnen alles zubauen. Okay. Oder nicht. Ich glaub, oben war der Trick, aber ich bin mir auch grad nicht sicher. Können wir alles machen. Ich hab keine Metz mehr. Jungs, habt ihr Metz? Kommt mal hoch. Wo komm ich jetzt raus, Leute? Bin ich jetzt down? Für das Team. Für das Team! Ich lande in die komplett falsche Richtung. Er ist da, in diesem Gebäude da vorne. Hangstellengebäude. Oh mein Gott, man heizt sich aber trotzdem noch vor lange. Bro, ist das OP. Ich hab's ja sogar noch überlebt. Wie OP ist das, Digger? Oha. Was war denn das, Digger? Bro, das ist ja anders OP. Es gibt einfach keine Gegner mehr für uns, ne? Es ist unbeliebbar.